Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Super Meat Boy Let's Play! Ich wollte mal irgendwie was anderes sagen. Ich habe mich jetzt für eine immer lauter und höher werdende Stimme entschieden. Wir spielen jetzt Level 17 Bulletproof. Es geht weiter. Ganz knackig, ganz frisch. Okay, okay. Das ist ja lustig hier. Wo muss ich eigentlich hin? Ich habe noch gar nicht geguckt, wo ich hin muss. Da oben hin, okay. Ja, das ist doch kein Problem. Das wäre jetzt wirklich kein Problem. Geil. Okay, mach mich direkt weiter. Hammer. Entschuldigt bitte. Das ist zu geil. Okay, das ist überhaupt nicht geil hier. Ja, klar. Pisst euch. Okay. Oh, jetzt kriege ich ein bisschen Angst. Jetzt wird es eng hier. Nein! Oh, fast geschafft. Und dann sowas. Ja, ich versuche gerade was. Versuche hier gerade irgendwie sinnvoll in eine Ecke zu locken, dass sie mich möglichst lange in Ruhe lassen. Ich glaube, das bringt so nichts. Okay. Okay. Weil wenn ich weit genug weg bin, dann schlafen die nämlich. Sind die ganz, ganz ruhig. Oh, shit. Ja, den da... Irgendwie habe ich den jetzt nicht gesehen. Wie dumm von mir. Oh. Dumm ist auch, wenn ich das Teil einfach mal verpasse, den Schlüssel. Okay. Oh, geht weg. Oh, lass mich in Frieden. Oh. Scheiße. Mein erster Versuch war so geil. Und jetzt kriege ich es nicht mehr auf die Reihe. Das ist jetzt ein bisschen blöde. Okay, das gefällt mir soweit. Ich habe Angst, dass ich es jetzt irgendwie versaue. Das ist nämlich genau der Punkt, den ich erreichen wollte. Dass die mich jetzt in Ruhe lassen. Oh, shit. Oh, shit. Nein! Oh, Mann! Scheiße! 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 Die Viecher haben eine Aufmerksamkeitsweite. Die ist leider... Leider unschön. Puh! Scheiße! Scheiße! Verpisst euch! Haut ab! Haut ab, ihr Ficker! Geht! Geht! Oh, jetzt habe ich... Oh, jetzt habe ich die Aufmerksamkeit von allen. Schön. Schön, schön, schön. Geht weg! Aus! Platz! Geht! Geht weg! Geht weg! Boot ab! Haut ab! Oh, kacka! Ja! Genau so! Aber müssen die unbedingt in meine Richtung floaten? Können die nicht weiterschlafen, können die zwei? Oh, nein! Nein! Verpisst dich! Hau ab! Geh! Geh weg! Geh weg! Du auch! Verschwindet! Oh, jetzt muss ich... Nein! Ah, kacke! Ah! Okay. Schön ruhig bleiben. Schön ruhig bleiben. Schön ruhig... Mann! Das sind zu viele! Shit, ey! Ich hätte mich vorhin doch nicht so laut freuen sollen, als ich das eine Level geschafft habe. Ja, hallo! Kommt doch mal alle her! Ne, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ah! Oh, das... Nein! Das sind ein bisschen viele, wenn ich das so sagen darf. Oh, fuck it! Fuck! Okay, Leute, das Level ist eigentlich wirklich nicht so schwierig, oder? Ich hatte schon schwierigere Levels. Also wirklich schwierigere Levels. Das hier ist eigentlich Fliegendreck. Ganz schön beschissener Fliegendreck. Oh! Nein! Die sind ja noch beschissener als diese Phantom-Faces aus Super Mario Bros. 2. Noch beschissener! Geht weg! Nein! Das dauert zu lange mit diesen Katt-Schlössern hier! Nein! Ja! Okay, jetzt kommt wieder der lustige Teil. Jetzt! 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 Geschafft! Easy-pup-easy! Zwei Level! Zwei Level in einem Part! Wie geil! Ich freue mich so hart, dass ich einfach sage, ich mache hier Pause. Und dann geht es bald weiter. Geht es bald. Bis zum nächsten Mal.